Ihr werdet in den nächsten zwei Wochen das Geschenk erleben, ein anderer Mensch zu sein. Hallo und herzlich willkommen zum Radio 1 Film der Woche. Heute ist es der deutsche Film aus meiner Haut, ein sehr brüderliches Projekt. Alex Schad hat Regie geführt, sein Bruder Dimitri Schad hat ein Drehbuch mitgeschrieben und er ist einer der Hauptdarsteller in einem exzellenten Ensemble. Mariam Zare, Maler Emde und Jonas Dachsler gehören noch dazu. Sie zeigen psychologisch sehr genau gezeichnete Figuren, die auf einer abgelegenen Insel ein merkwürdiges Experiment durchleben. Das ist eine Art Science-Fiction-Film, eine Neubelebung des guten alten Genres des Body Switch. Das heißt also, die jungen Menschen tauschen ihre Körper und machen nun völlig neue Erfahrungen. Die Grenzen von Körper, von Haut, von Geschlechtern werden durchbrochen, lösen sich auf. So auch die Rollenbilder, die alten Beschränkungen. Das ist eine sehr irritierende und eine befreiende Erfahrung, die hier genau sensibel, einfühlsam geschildert wird. Ohne alle Spezialeffekte zeigt uns dieser zärtliche Science-Fiction-Film, das ist möglich, dass die Geschichte unseres Ichs im Körper eingeschrieben ist und dass uns unser Körper etwas zu sagen hat, wenn wir nur genau hinhören. Unser Radio 1 Film der Woche, ein außergewöhnlicher Science-Fiction-Film aus meiner Haut.